Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge So schlecht kann man nicht fahren für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam Videos senden wollt, könnt ihr das dann jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Das war's mit dem Traumwagen. Was sagt ihr, hat er sich das nicht verdient? Das war's mit den Hinterreifen und das vor all den Leuten. Das war's mit dem Traumwagen. Das war's mit dem Traumwagen. Das war's mit dem Traumwagen. Der hat den leeren Parkplatz gesehen und gehandelt. Der hat bestimmt einen Krampf im Bein gehabt. Man kann es ja mal versuchen. Der hat bestimmt einen Krampf im Bein. 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 Ich fand die Nummer 7 wirklich krass. Der hat bestimmt einen Krampf im Bein. 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 Der hat bestimmt einen Krampf im Bein.